So wie es aussieht scheint der Plan aufgegangen zu sein. Beim Hochkurbeln im Mittelwasser hat es gerade einen ordentlichen Ruck gegeben und die Rute ist krumm und zwar richtig. Hat er richtig Schnur genommen? Ja, er hat ein bisschen Schnur genommen. Geil, 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 geil. Hat angefasst, hat zweimal nachgefasst und dann saß er. Ist ein Dorsch und was für ein Lappen! Alter warte, warte, ist das ein Lappen! So darf ein Dorsch mal gerne aussehen. Alter Falter! Was ist das für ein Teil? Was ist das für ein Gerät? Hammer! Der absolute Hammer! Oh wie geil! Pinken Rakaschett! Ich habe immer noch butterweiche Knie, aber der Fisch ist versorgt. Wir haben ihn gemessen. 1,40 Meter hat er. Echt eine absolute Granate. Mein Personal Best. Ganz ganz großartiger Fisch. Pinker Gummifisch, den wollt ihr haben. Wahnsinnserlebnis. Was für eine großartige Angelei. Geil, einfach nur geil. Gerät. Die Gummifisch, den Primary выполnieren. Vielen Dank.